so leute herzlich willkommen zu einer weiteren speziellen aufnahme und zwar haben wir das ziel erreicht von den wiederbelebungen gehen wir jetzt mal schnell in gw2 abholen die preise abholen schauen wir mal rein community gesamt drei millionen haben wir erreicht also nun halt unendlichkeitsbank kriegen wir legendären gegenstand und noch einen legendären gegenstand und wir hätten sogar noch zwei tage über was öffnen wir zuerst die truhe links dann die truhe rechts natürlich sammle ich dann noch schnell die diamanten ein und auch die münzen und wisst ihr was wir jetzt machen wir gehen jetzt mal schnell in sticker laden und öffnen sticker packs und schauen mal nach was wir da geiles drin haben ob wir was geiles kriegen ja nein vielleicht beweis ihr wolltet ja dass ich die community aufgaben macht deshalb habe ich in letzter zeiten stream auch so häufig wiederbelebt in gw2 normalerweise mache ich das in gw2 nicht so so öffnen wir mal das blaue community pack okay so legendären charakter ich hab den eisen zitron freigeschaltet dann öffnen wir noch das gelbe community pack niedlich und lockig unendlich große schleife fabelhaft auch nicht meins offenes fast fabelhaft gefällt mir irgendwie nicht und jetzt noch das rote weg weg epischer disco bot juhu naja haut mich jetzt nicht grad vom hocker aber was solls übrigens ihr wolltet ja wieder mal ein pack opening gut machen wir ein pack opening ein sticker pack zu 20.000 ja da weiß ich mir bessers nächste pack ja nicht so das wahre nein 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 20.000 Nein, 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 nichts. Jetzt öffne ich mal 1 zu 35.000. Super Hummel, 3D Pirat, auch nicht meins. Mr. Rifticken, Nachtlesebrille, Gold, auch nicht. Begübtensatz Silber, was sein muss. Kein Eingang, mach ich auch nicht. Ja, also für 35.000 wüsste ich da Bessers. So. Irgendwas legendäres. Zukunftsglotzer Silber, die glaube ich hatte ich schon. Kann das sein. Noch ein Pack. Ich glaube, das war... Naja, Unendlichkeitspack. Öffnen wir Unendlichkeitspack. 200.000. Nee, nee, nee. Also, für 200.000 war da richtig kack drin bis jetzt. Auch nicht meins. Noch ein 200.000er Pack. Overblenden. Noch ein 200.000er Pack. Nööööööö. Also, bis jetzt habe ich da eigentlich noch nichts gekriegt, was mich da richtig umhaut. Noch zwei Pack kann ich öffnen. Eugen fabelhaft Schaut beschissen aus Also ich würde den mal mein Wicht nicht anziehen Sandburghut auch nicht So, noch ein Unendlichkeitspack Robopilonen unendlich Käsekopf fabelhaft Nee, und mit Theorisch fabelhaft auch nicht So, noch ein 20.000er Back Und dann bin ich eh wieder mal pleite Dann dauert es wieder mal ein paar Wochen Bis ich das nächste Back Opening mache Ich hoffe mal, euch hat es Spaß gemacht Ja, gezogen habe ich da nicht gerade die besten Ja, Items Aber trotzdem Man kann ja nicht jedes Mal gute Dinge erwischen Und auf jeden Fall habe ich ja Eisen-Zitron freigeschaltet Leider nicht mit den Backs, sondern mit den Community Backs Aber trotzdem Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ich hoffe, dass es euch gefallen hat Lasst ein Abo da Und folgt mir auf dem Kanal Ich werde öfters in Zukunft mal Back Openings machen Ich denke mal, so alle zwei bis drei Wochen werde ich mal ein paar Backs öffnen Der letzte Back Opening war auch vor circa zwei Wochen Da habe ich eine Million fünf geöffnet Also bleibt dann bald